Hallo Community. Bevor ich hier das sage, was ich sagen möchte, vielleicht zwei, drei Sätze zu dem Look, den wir hier im Moment sehen. Wir bauen um. Wir erweitern unsere Studiokapazität, weil wir müssen mehr tun. Das hat unter anderem auch mit der beispiellosen Terrorwelle zu tun, die im Moment Europa erschüttert. Und viele fragen sich, huch, was ist denn da auf einmal los, was passiert denn da plötzlich? Und ich möchte euch, weil ich mir wirklich sehr intensiv Gedanken dazu mache, wie das denn eigentlich weitergehen soll und was mein Job als Journalist eigentlich ist, wie ich damit umgehe, ich möchte euch Folgendes sagen. Ein paar, also teilhaben lassen an dem, was in meinem Kopf passiert. Das, was wir im Moment erleben, ist kein Plötzlich. Das, was wir im Moment an Terrorismus erleben, an Zerstörung erleben, an Wahnsinn erleben in Europa, das ist nur eine leichte Spielung dessen, was im Nahen Osten seit vielen Jahren passiert. Und zwar auch mit der Beteiligung Deutschlands. Unsere Regierung, Rammstein-Stichwort, mischt mit, wenn wir behilflich sind dabei, wenn das Imperium Amerika und seine Partner, wir sind ja da Partner, also wir die Regierung und wir die Bürger, die wir das zulassen, das ist ja das Dilemma. Wir sind eben beteiligt daran, dass diese Länder komplett zerstört werden. Und wenn man sich anschaut, was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, junge Männer sind bewaffnet, schießen auf Kinder oder sprengen sich in die Luft oder versuchen sich in die Luft zu sprengen und ja, richten größtmöglichen Schaden an. Wo gibt es da einen gemeinsamen Nenner? Da gibt es diesen Nenner schon. Die meisten dieser Täter kommen aus Ländern und ihre Eltern kommen aus Ländern, die in den letzten Jahren vom Imperium und den Vereinigten Staaten zerstört wurden, zu Fail-States wurden und die vollkommen traumatisierte Bevölkerung hinterlassen haben. Und nur ein Bruchteil derer, die nach Deutschland kommen, leben das eben dann in einem Terrorakt aus. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, dieser Bruchteil lässt sich steigern und er wird sich auch steigern. Was wir im Moment erleben, ist der Anfang von einer Terrorwelle, die im Moment nur so eine kleine Pfütze ist. Wir waren ja vor ein paar Tagen in Rammstein, da waren 5000 Leute und da hätten eigentlich 50.000 oder 500.000 sein sollen, aber viele haben sich wahrscheinlich die Frage gestellt, was mache ich da, kann ich was gegen Rammstein machen oder aber, ganz ehrlich, davon bin ich ja dann nur betroffen, wenn ich in Rammstein wohne. Und ich meine, die aktuelle Terrorwelle zeigt, nee, du bist davon betroffen, wenn du in Mitteleuropa oder in Europa zu Hause bist. Warum? Weil wo immer ein Land zerbombt wurde, wo immer Menschen paralysiert wurden, wo immer totale Zerstörung stattgefunden hat, kommt es zu Flüchtlingsbewegungen und diese Menschen kommen nach Europa, das hast du nicht im Griff. Und wenn man sich anschaut, wer sich da in Europa in die Luft sprengt, wer sich in Deutschland in die Luft sprengt, wer in Reutlingen die Machete in die Hand nimmt, wer in Bayern auf Menschen schießt, dann sind das in der Regel junge Männer, die aus Städten kommen, die aussehen wie Berlin 1945, also Stunde Null. Die Älteren unter uns, die werden sich daran erinnern, wie die Menschen, die damals dieses Bombenteppich überlebt haben, wie die denn so drauf waren. Die sind natürlich nicht zur Tagesordnung übergegangen und Friede, Feuer, Eierkuchen, sondern die waren natürlich genauso polarisiert oder kaputt. Ja, und ich erinnere mich auch an Interviews mit Menschen, die damals davon sprachen, dass die älteren Herren, die an der Front waren, die sogar eine Dezitterkrankheit hatten, die kamen so, die waren vollkommen zerrüttet. Und was wir im Moment eben erleben, ist, dass junge Menschen, die nach Europa kommen, als Flüchtlinge eben auch innerlich so sind, oft auch unter Psychopharmaka stehen und irgendwann zu einer Waffe greifen und dieser Ohnmacht, dieser Wut ein Gesicht geben, indem sie auf alles schießen, von dem sie glauben, dass es daran schuld ist und am Ende sich selbst ein Ende setzen. Und ich versuche hier pragmatisch zu denken. Du kannst jemanden, der beschlossen hat, sich umzubringen und dabei möglichst viele Menschen mitzunehmen, der sich also rächen möchte, dem kannst du nicht damit kommen, indem du mit juristischen Mitteln drohst. Also nochmal, jemand, der beschlossen hat, seinem Leben ein Ende zu setzen und dabei möglichst großen Schaden anzurichten, den kannst du nicht von der Tat abhalten, indem du sagst, wenn du das machst, dann kommst du ins Gefängnis, weil der möchte sich ja umbringen. Wie können wir mit der Situation umgehen und wer kann es für uns tun? Stellvertretend. Die Antwort ist hier ganz einfach. Niemand kann es für uns stellvertretend tun. Und das sollten wir aus dieser Gesamtsituation lernen. Wenn ich mir anschaue, was unsere Politiker, was sie uns verkaufen, ob du jetzt nimmst, wir schaffen das, oder ein aufgeregter Seehofer, der sich verraten und verkauft fühlt, oder eine Frauke Petry, die sagt, ich habe es ja schon immer gesagt, aber auch eine Frau Wagenknecht, die ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach links rudert und so. All diese Menschen wollen uns verkaufen, dass sie stellvertretend für uns Patentrezepte haben. Aber die haben sie eben nicht. Hätten sie diese Patentrezepte, wäre es ja gar nicht so weit gekommen. Wir, die Bürger, wir die Journalisten, wir die Menschen, die auch Kinder in dieser Welt haben, wir Mütter und Väter, wir müssen eins einsehen. Die Zeit der Parteiendemokratie, wo Spitzenpolitiker es für uns regeln, vielleicht hat es die nie gegeben, aber jetzt ist uns klar, dass diese Menschen es für uns nicht regeln können. Denn was nützt es denn, oder was bringt es denn den Überlebenden und den Hinterbliebenen von München, wenn sich Angela Merkel, Sarah Wagenknecht, Frauke Petry oder Herr Seehofer hinstellt und sagt, ich weiß, wer daran schuld ist. Was bringt es euch? Es bringt euch nichts. Und es wird weitere Opfer geben. Und auch diesen Hinterbliebenen wird es nichts bringen, dass sie auch Politiker zeigen können, die es offensichtlich vermasselt haben. Diese Politiker haben es eingerührt, aber wir haben zugelassen, dass sie es einrühren, denn sie sprechen sich nicht eindeutig gegen die Ursachen von dem aus. Was wir hier an Terror erleben, das ist das Endprodukt von Bombentechniken, an denen wir beteiligt waren, in denen wir die Länder im Mittleren Osten von Libyen, Afghanistan, Irak und Syrien bombardiert haben. Und während wir hier sprechen, während wir über die Opfer nachdenken, während wir darüber nachdenken, was wir hier tun können, wird ja weiter bombardiert. Und das ist ja das Perverse und da werde ich wirklich sauer. Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass unsere Politiker, egal von welcher Seite sie auch kommen, egal aus welchem Lager sie kommen, vollkommen verlogen sind. Denn wenn sie wirklich uns schützen wollten, müssten sie aber sofort Rammstein dicht machen. Oder der Herr Seehofer müsste sich sofort die Frage stellen, ist es vielleicht möglich, dass die Rüstungslobby und die Rüstungsindustrie, die ja den einen oder anderen Arbeitsplatz in Bayern stellt, dass die daran beteiligt ist, dass die daran partizipiert, weil sie verkauft. Das müsste er tun, aber das tut er nicht. Und da wird auch der bayerische Bürger komplett verraten. Ich habe kein Problem mit der Rüstungsindustrie, solange sie die Rüstungsgüter in der NATO als Sicherheitstechnik verkauft. Das tut sie aber nicht. Sie exportiert das Produkt in den Krisenherd und macht den Krisenherd erst möglich. Wir sind selber diejenigen, die das Feuer nach draußen transportieren und wundern uns dann über explodierende Fässer, wenn uns mal ein Splitter trifft. Ich kann nur eins sagen. Googelt mal eine Stadt wie Aleppo, wie es dort aussieht. Dort werdet ihr reihenweise, ja, Menschen sehen mit zerschossenen Kindern auf den Arm. Und für die ist dieser Terror, den wir hier jetzt so ein bisschen erleben, alltäglich. Das hat uns aber alles nicht gekümmert, mussten uns nicht kümmert, weil unsere Medien haben es doch geschafft, das über Jahre von uns fernzuhalten. Und jetzt kommt das hier an und jetzt spielen die Politiker plötzlich die Überraschung nach dem Motto, was wollen die denn hier? Das ist die Quittung. Das ist ein Aufmerksam machen von völlig paralysierten jungen Menschen, weil all die Täter sind ganz junge Menschen, die sich nicht mehr zu helfen wissen, um zu zeigen, was tut ihr uns eigentlich an? Das sind die Überlebenden aus Aleppo, aus dem Irak, aus Afghanistan. Und es sind Kinder, es sind letztendlich etwas älter gewordene Kinder, die wieder auf unsere Kinder das Feuer eröffnen. So müssen wir das sehen. Das heißt, unsere Erwachsenen, die Politiker, wir als Erwachsene, wir haben versagt, denn wir haben es nicht verhindern können, dass die Erwachsenen in diesen Ländern bombardiert oder umgebracht wurden. Und wir bekommen es jetzt mit einer Generation von Kindern zu tun. Das ist genau der Punkt. Und deswegen mein Appell an euch, wenn ihr euch die Frage stellt, was kann ich machen? Wir waren in Rammstein, 5000 Leute, das ist relativ weit draußen. Aber wir müssen zum Kanzleramt, und zwar egal aus welcher Richtung ihr kommt. Der Friede ist nicht rechts, der Friede ist nicht links. Wir müssen den Krieg abstellen. Wir müssen diejenigen, denjenigen das Handwerk legen, die den Krieg ermöglichen, indem sie die Rüstungstechnik exportieren und indem sie ständig mit Doppelsprech arbeiten, weil das tun sie. Man kann nicht sagen, wir haben Probleme mit Terroristen, aber gleichzeitig den Terrorismus befördern, indem man Waffen exportiert. Und Deutschland tut das. Deutschland unterstützt jeden fucking Angriffskrieg über Rammstein oder Afrikon. Das ist das, was wir tun und wir, die Bürger, die später darunter zu leiden haben, weil sie sprengen doch unsere Kinder in die Luft. Wir schauen dem zu. Wir schauen dem zu und sagen dann, da hat der Seehofer recht, hier hätte Frau Petri schon früher müssen, Angela Merkel ist blöd. Warum lassen wir uns das fucking gefallen? So, und deswegen an dieser Stelle, weil viele haben es ja wieder kennen, das schaffst du so nicht, dass Leute auf die Straße gehen. Machen wir es doch mal so, als wenn es noch Wetten, dass gäbe. Ich wette, dass sie es nicht schaffen, 25.000 Leute am 1. Oktober vor das Kanzleramt zu bringen, um den Leuten im Kanzleramt und Umgebung zu sagen, wir haben es satt, ich habe es satt und ich möchte nicht darauf warten, bis ich den Anruf bekomme von meiner Schule, dass meine Tochter totes meinem Sohn an Arm fehlt, bis ich in den Untergrund gehe, bis ich radikalisiert bin. Ihr müsst euch mal in den Kopf derer hineinversetzen, die so jung sind und so radikalisiert sind mit 19 oder 21. Was muss in ihrem vorherigen Leben passiert sein, damit die so drauf sind? Das passiert doch, die fallen doch nicht vom Himmel. Das waren doch auch ganz normale Kinder. Das waren ganz normale Kinder im Irak, in Libyen, in Afghanistan, ja, und in Syrien. Aber wir haben sie mit unserer Hightech umgebracht. Wir haben ihre Eltern zerstückelt, die Häuser kaputt gemacht. Wir haben diese Personen geschaffen, das heißt, wir haben zugelassen, dass unsere Politiker mit der Rüstungselite, mit den Vereinigten Staaten das tun. Und jetzt eröffnen diese Kinder auf unsere Kinder das Feuer. Das ist der Punkt. Und es ist nicht damit getan, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe es. Wir machen ein Rucksackverbot für das Oktoberfest, damit wir in aller Ruhe feiern können. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann in Europa, in einer europäischen Großstadt und auch in Deutschland eine schmutzige Bombe explodiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann sich eine Gruppe von Durchgeknallten, ja, vor ein Atomkraftwerk stellt, schwer bewaffnet und das Ding in die Luft jagt. Und ich kann euch das immer nur wieder sagen, es wird uns allen nichts nützen, dass wir dann sagen, da hätten wir aber viel, viel früher reagieren müssen. Da hat Herr Seehofer, ist er vielleicht ausgewichen, da hat Frau Gepetry sich in die Tasche gelogen. Hier hätte eine Sarah Wagen nicht vielleicht radikaler sein müssen. Und Angela Merkel, die sagt ja sowieso, was gerade angesagt ist. Wir müssen das machen. Wir müssen auf die Straße gehen. Wir müssen diesen Parteipolitikern, dieser Parteiendemokratie, die gekauft ist, wir müssen sagen, dass wir diesen Menschen nicht mehr trauen. Wir müssen die Politik von der Straße machen. Wir müssen diese verantwortungslosen Personen, wir müssen sie loswerden. Und solange wir das nicht tun, solange wir dem zusehen, solange wir uns an Stammtischen treffen und darüber diskutieren, wer mehr schuldig ist, während in den eigenen Reihen bereits Kinder und Erwachsene sterben, sind wir reif, dass man uns zur Schlagbank führt. Wir sind reif dafür. Weil mit uns kann man das machen. Und ich wünsche mir viel mehr Zorn, viel mehr Wut. Und zwar nicht gegen Flüchtlinge. Nicht gegen Flüchtlinge. Das sind ja genauso Opfer. Sondern gegen die, die diese Menschen zu Flüchtlingen gemacht haben. Ein Syrer kommt nicht hierher, weil es hier so schön ist. Hier regnet es ab und zu. Ein Iraker wollte nicht seine Heimat verlassen, weil er denkt, er wollte unbedingt mal in einen Plattenbau nach Bautzen. Die Kinder wollten nicht aus Afghanistan. Wir sind dort eingeritten. Unsere Armeen sind dort eingeritten. Über Ramstein ist das gelaufen. Und wir bringen die Leute dort reihenweise um. Und deswegen das, was wir im Moment erleben, das ist der Anfang. Das ist der Anfang von einer Welle, die sich zu einem Tsunami ausbreiten würde. Und jetzt versetzt euch noch in die Lage dieser Personen. Würdet ihr nach Jahren, nach Jahren, wo das passiert, wo ihr auch seht, der Westen verrät euch, der verrät euch, ob der Werte, die er verkauft, die er bei euch exportieren würde, die er aber mit Füßen tritt, würdet ihr nicht am Ende sagen, da nehme ich so viele wie möglich Personen mit? Würdet ihr nicht den Gedanken von Rache entwickeln? Ich weiß, dass das keine gute Idee ist, aber versuch doch mal. Würdet ihr das machen? Würdest du, der mir deine Familie ausgelöscht hat, deinen Sohn umgebracht hat, deine Frau vergewaltigt hat und dich Tag und Nacht bombardiert, würdest du denken, dafür muss ich Verständnis haben, die wollen uns Demokratie explodieren? Oder würdest du sagen, Rache? Wir haben eine ganze Kinobranche, die nur damit arbeitet. Ein Mann sieht rot, Terminator mit Rache. Und das ist das, was im Moment kommt. Da gibt es ein schönes Sprichwort dafür. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und das ist der Anfang eines Sturmes. Und deswegen mein Appell. Es bringt nichts, bis zum nächsten Jahr zu warten, dass wir uns dann vielleicht mit 15.000 Leuten bei Rammstein treffen, während parallel, auch unter der neuen Präsidentin Clinton oder Trump, Drohnen fliegen, die Menschen umbringen und als Rüstung, als Opfer produzieren. Oder wie Norm Schomsky sagt, die Drohnengeschichte ist das größte Terrorismus-Erzeugungsprogramm der Welt. Das sind die Fakten. Wir müssen jetzt ganz schnell vor das Kanzleramt und dieser Regierung und all denen, die da patschen, sagen, wir brauchen euch nicht mehr. Ihr seid komplett unfähig. Wir müssen uns nicht darüber aufregen, dass wir in der Türkei einen Ausnahmezustand haben. Wir sollten uns die Frage stellen, warum wird der Ausnahmezustand in Frankreich verlängert? Wem nützt überhaupt dieser Ausnahmezustand? Die Gesetze, die dann kommen, wem nützen die? Wir strangulieren doch unsere Gesellschaften. Dazu brauchen wir gar kein IS. Und vielleicht reiben sich die Eliten da gerade die Hände. Ich möchte da gar nicht so weit ausführen. Eins ist mal sicher. Wenn ihr, wenn wir, ich zähle mich dazu, wenn wir es nicht schaffen, endlich unseren Arsch, und zwar ein großer Zahl, ins Rennen zu bringen, dann wird noch etwas ganz anderes hier passieren. Dann wird die Bundeswehr im Inneren eingesetzt. Und dann wird auch der Parlamentsvorbehalt abgeschafft. Das bedeutet, dass die amerikanischen Präsidenten darüber entscheiden werden, ob die Bundeswehr im Inneren gegen Leute wie mich oder dich oder jedem, der sagt, hey, hier stimmt doch was nicht, eingesetzt wird. Und willst du so lange warten? Willst du so lange warten? Ich will das nicht. Und deswegen, meine Solidarität gilt natürlich denjenigen, die Opfer sind. Aber eben nicht nur den Opfern in Deutschland, vor allem den Opfern im Nahen Osten. Und das sind ja viel mehr. Die Opfer des Terrors im Nahen Osten, das sind ja vor allem Moslems, Opfer oder Terroranschläge, wo es nur 8, 12 oder 20 Tote gibt, das melden wir doch hier gar nicht mehr. Und das ist die Ignoranz. Das ist die Ignoranz. Und es betrifft mich insofern nicht, dass ich in aller Ruhe gerne shoppen gehen möchte. Weil das ist nämlich jetzt vorbei. Das ist jetzt vorbei. Und wenn das dazu führt, dass du sagst, okay, jetzt wache ich auf, dann hat das auch seine guten Seiten. Die Zeit, dass in aller Ruhe schön shoppen gehen können oder billig tanken, ist vorbei. Denn du kriegst es nicht mehr kontrolliert. Nicht, weil die Grenzen geöffnet wurden und wir hier 300.000, 400.000 Menschen haben, die wir nicht mehr kontrollieren können. Wir haben hier auch sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, die waren nie in diesen Ländern, die sich solidarisch erklären, beziehungsweise die allergisch auf unsere bigotte Verlogenheit reagieren. Und dafür habe ich Verständnis. Ich verstehe das. Ich verstehe nicht, ja, und habe kein Verständnis, unterstütze nicht, dass diese Menschen dann sich bewaffnende Leute umbringen. Aber das ist doch eine Tat der totalen Verzweiflung. Das ist jemand, der sich nicht mehr anders zu helfen weiß. Das ist der lauteste Hilferuf, den man überhaupt senden kann. Und wenn du möchtest, dass wir in zwei, drei Jahren sagen, das war der Peak einer Terrorwelle und dann haben wir reagiert und zwar vernünftig, dann musst du jetzt auf die Straße. Deswegen nochmal. Ich wette, dass wir es nicht schaffen. Das heißt, ich wette, dass wir es schaffen, dass wir am 1. Oktober, ja, zwei Tage vom Tag der deutschen Einheit, ja, was ist aus diesem Land geworden, muss man sich mal vorstellen, 26 Jahre nach Mauerfall sind wir überall und führen Krieg. Das ist ja eine fantastische deutsche Einheit. Ich fühle mich total verraten, ja, und ich glaube, auch der DDR-Bürger fühlt sich total verraten und auch der Wessi fühlt sich total verraten, was aus diesem Land geworden ist mit so einem Präsidenten, so einer Kanzlerin und so einer Opposition. Ich wette, dass wir es schaffen, am 1. Oktober uns vom Kanzleramt aufzubauen und zwar mit 25.000 Leuten und mehr und zu sagen, wir haben die Faxen einfach satt. Wir müssen es selber in die Hand nehmen. Wir brauchen nicht solche Parlamente. Wir brauchen mehr direkte Demokratie, auch wenn Herr Gauck sagt, die Eliten sind nicht das Problem, die Bevölkerung sind das Problem. Diese Politiker sind das Problem und wir, die Bevölkerung, die sagt, da ist jemand, der das alles richtet. Wir sind das Problem. Wir müssen das Problem dahingehend beenden und auflösen, indem wir zu Aktivisten werden. Ich bitte euch, ich appelliere an euch, denkt darüber nach, ja, auch während der Sommerferien, was macht ihr am 1. Oktober? Das ist ein Samstag. Bewegt euren Arsch nach Berlin. Stellt euch vor das Kanzleramt auf. Ich werde auf jeden Fall da sein. Egal, ob da drei, sieben oder sechzig Menschen sind oder 60.000, ich würde mir das wünschen. Und ich appelliere auch an die Künstler, sich mal politisch aus dem Fenster zu nehmen, sagen, was wird das, wenn es fertig ist? Wir müssen die Verantwortung übernehmen und wir können nicht sagen, sie, jener und er ist dafür zuständig. Die sind zu beschäftigt mit ihrer eigenen Karriere, um sich dafür zu interessieren, was mit uns und unseren Kindern passiert. Wir müssen es selber in die Hand nehmen. Ich bitte euch, kommt am 1. Oktober vor das Kanzleramt, macht es einfach, okay? Und wartet nicht bis Rammstein. In Rammstein sehen wir uns sowieso, aber bis dahin, das garantiere ich, wird noch die ein oder andere Bombe in Deutschland explodiert sein. Und euch sollte es jetzt reichen, ihr solltet die Faxen dicke haben, okay? Ich hab's hier wirklich dicke. Aber ich mach was mit diesem Zorn, indem ich euch aufrufe, Rückgrat zu zeigen und vor allem Haltung zu zeigen. Wenn ihr für das Leben seid, wenn ihr Respekt vor dem Leben habt, dann habt ihr Respekt vor dem Leben überall auf der Welt und nicht nur für deutsches Leben, sondern ihr habt Respekt vor dem Leben von Kindern überall auf der Welt, die wir angreifen, deren Eltern wir umbringen, denen wir ihre Zukunft nehmen. Und das ist die Quittung. Das ist die Quittung, die wir hier haben. Und ich kann verstehen, dass die Menschen so reagieren. Nur, wie gesagt, du kannst jemanden, der bereits so weit ist, dass er sich umbringen will und möglichst viele Menschen mitnehmen möchte, ja, der auch unter Psychopharmaga schon ist, weil seine Heimat, sein Land, seine Familie umgebracht wurde, über Jahre bombardiert, während wir Fernsehen gucken, ja, und Pokémon Go spielen. Du kannst so jemandem nicht kommen, indem du ihn mit juristischen Konsequenzen drohst. Das kannst du nicht. Check your head. Und dann, und dann, ja, Und jetzt,